Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin mit einem neuen Odin was shoppen. Also nicht das. Das kommt nachher in einem separaten Video. Das kam nur gerade an. Das ist was richtig geiles. Aber das hier. Ich habe ja schon mal gesagt, in einem Livestream war das glaube ich. Ich habe bei Spock was bestellt. Also nicht wundern über das Paket. Das habe ich gebraucht gekauft. Ich packe erst mal aus und dann zeige ich euch was ich geholt habe. Dann kann ich das nämlich gleich hochbringen zu Frauchen. Da habe ich einmal so einen Einsatz für einen Hochstuhl. Ja sie ist jetzt gerade mal zwei Monate. Fast drei. Darf noch nicht sitzen. Aber hier haben wir schon mal einen Aufsatz. Wenn wir dann einen Hochstuhl holen. Damit sie da essen kann. Oder dass sie am Tisch mit sitzen kann. Können wir da mit drin. Ist ja meistens mit bei. Aber schnell bekleckert oder bekotzt. Und wenn man sauber macht. Dann hat man dann schnell mal noch so ein Wechselteil. Da kommt sie dann gesagt. Na dann holen wir dann noch so ein Tweety. Also ich habe für alles insgesamt mit Versand ich glaube 14 Euro bezahlt. Dann hier noch so ein Spielzeug. Das soll wenn man dreht, geht das dann so auf. Aber eigentlich soll das eigentlich auch. Das ist jetzt nur so halb. Ich glaube das soll eigentlich ganz zu sein. Und dann kann man das anfassen. Und so drehen. Und dann schießt das hoch. Dann habe ich Nuckelflaschen gekauft. Von Avant. Auch gebraucht. Weil die kommen sowieso in Sterilisator. Und die sind echt teuer. Von Philips die Dinger. Und deswegen war ein juter Preis. Und eigentlich habe ich es nur wegen einer Sache geholt. Die zeige ich euch gleich. Ich muss jetzt hier mal schnell abschrauben noch. Dafür habe ich jetzt alleine nur für die Dinger habe ich vier Euro oder so bezahlt. Und normalerweise kostet eine große Flasche schon zehn Euro. Und hier habe ich jetzt praktisch drei kleine. Weil die macht momentan ja auch nicht so große Portionen die kleine. Und hier sind drin 125. Da kann man dann auch wenn sie langsamer trinken kann man halt zwei fertig machen. Also eine fertig machen. Und die zweite dann schon mal vormachen. In der Zeit wo man die gibt. Dass man dann halt nachlegen kann. Drei von den kleinen. Und eine von den großen. Die sind auch ein bisschen verfärbt. Ich glaube da war Karottensaft drin. Also meine Frau meinte wenn die so ein bisschen undurchsichtig sind dann war dann vielleicht mal Karottensaft drin. So und hier dann halt noch so eine große. Da sind drin 260. Und das Wichtigste überhaupt. Was bei Avant eigentlich nicht mit dabei ist, ist dieses Teil. Das ist für unterwegs. Das schraubst du hier so ab. Ich zeige euch das mal. Also das hat man dann so. Dann nimmt man die Flasche. Schraubt das hier rauf. So und dann hat man für unterwegs. Kann man warm halten. Habe ich ja auch so ein Ding. Zeige ich euch auch gleich noch. Und der Nuckel. Damit hier auch kein Dreck reinkommt. Wird dann einfach hier raufgeschraubt. So. Dann kommt da kein Dreck rein. Dann hat man hier das einzelne Nuckelteil. Und wenn man dann haben will, schraubt man es ab. Schraubt das ab. Schraubt das rauf. Und dann ist das fertig. Und dann hat man wieder Nuckelflasche. Warum jetzt hier oben auch noch so ein Deckel mit dabei ist. Also hier ist auch so ein Druckding. Also ich denke mal wenn hier Überdruck ist oder so, dass man hier so ein bisschen Druck ablassen kann. Denke ich mal. Ich habe keine Ahnung. Ich muss meine Frau fragen. Aber warum da jetzt unbedingt, weil hier kommt ja sowieso kein Dreck drin. Weil hier ist ja alles Gummi. Warum da jetzt unbedingt noch so eine Kappe drauf sein muss. Ich habe keine Ahnung. Ich muss meine Frau fragen. So. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum. Also das habe ich zuerst bei der jungen Frau gesehen, wo ich das gekauft habe. Und dann habe ich die anderen Sachen gesehen und habe mit ihr verhandelt und habe gesagt, naja für den und den Preis, den und den Preis und so. Und dann habe ich gesagt, naja klar. Dann nimmt man das natürlich mit. Bei 14 Euro kann man nichts verkehrt machen. So. Das ist für die Kleine. So. Dann habe ich hier noch. Ich werde das Video wahrscheinlich nur ohne mal einkaufen bei Spock nennen. Das ist jetzt hier so ein Bonus. Dann habe ich mir bei Jaumau einen Ring bestellt. Ja, der ist jetzt nicht wirklich großartige Qualität. Also das ist nur Blech, denke ich mal. An der Seite, die drei Dreiecke, was ich auch im Nacken habe und was bei mir im Shop dann auf... Was sieht Jacken geben wird und auf T-Shirt und als Aufnäher. Und vorne sieht es dann so aus. Konnte man nicht aussuchen. Die Größe 21 mm im Durchmesser. Millimeter. So. Geht. Auf dem kleinen Finger. Aber locker. So. Dann haben wir das. Das ist für den Papa. Das ist aber auch das Einzige, was ich jetzt zeigen kann, was ein Papa ist. So. Dann können wir das wegschmeißen. Und dann kam noch dieses hier. Das andere, was ich bei Jaumau bestellt habe, kam alles noch nicht. Ich habe noch so einen Ring bestellt, aber anders. Und ich habe jetzt noch mal eine Chance gegeben. Also vielleicht kommt da auch ein Oding regt sich auf. Ich habe jetzt noch mal was bestellt bei Jaumau. Für die Kleine. So ein Kleine ist schwarze. Ganz süß. Und ich gebe Jaumau jetzt noch mal eine Chance. Vier Artikel bestellt, zwei sind nur angekommen nach über einem Monat. Nach über einem Monat. Ja, gestern kam es an und ich habe am Handy habe ich jetzt nicht hier. Im Februar. Am 17. 14. Um 14. Februar oder so habe ich bestellt. Jetzt kam es an. Zwei Sachen von vier. In der App kannst du auch nicht richtig nachvollziehen, wo was ist. Manchmal ja, manchmal nein. Aber zwei Sachen fehlen noch. Jetzt habe ich dem noch mal eine Chance gegeben. Ich habe noch mal ein paar Sachen bestellt. Drei Sachen. Zwei Sachen. Für die Kleine habe ich das. Für die Kleine habe ich was bestellt. Da habe ich drei Sachen habe ich bestellt. Für die Kleine habe ich das kleine Schwarze bestellt. Also so ein Body. Schwarz mit Silbers drauf. Das kleine Schwarze und unten dann so Rüschen voll süß. Dann habe ich einen Totenkopf Kaffeelöffel bestellt. Den brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber zwei Euro hat der gekostet. Und ey Totenkopf. Und das kann ich nicht nie sagen. Und ein T-Shirt. Sons of Odin. Also so wie das Sons of Anarchy Logo gemacht. Fand ich voll geil. Deswegen musste ich das unbedingt haben. Und das war in der Aktion für eigentlich 18 Euro. Da in der Aktion 9 Euro. Und dann haben sie irgendwie angeboten, wenn du mit Leuten zusammen bestellst, nur 7,80 Euro oder so. Na ja, gesagt. Na scheiße. Ja. Nimmst du mal mit. So. Aber jetzt nichtsdestotrotz ist das hier auch noch für die Kleine. Hier haben wir dann so ein Trageding dran. Das soll ja mit zum Abbau ranmachen. Kann man dann am Kinderwagen ranmachen. Und dann baumelt das da dran. Und dann haben wir hier so zum Öffnen. Und dann ist dann Silber. Seht ihr das? Und dadurch bleiben kühle Sachen halt kühl und warme Sachen warm. Und dann haben wir hier oben auch, was ich sehr schön finde, wir haben auch eine schöne hohe Kante. Das habe ich beim Bestellen gar nicht gesehen. Das, wenn wir das jetzt hier zu machen und das hier runter biegen. So. Das muss man hier runter machen. Dass es sich schön überlappt. Dass auch beim Reißverschluss alle zu ist. Dass hier oben nicht die Wärme austreten kann. Praktisch. Dann ist unter dem Reißverschluss nochmal. Also das Silber geht nicht nur bis zum Reißverschluss, sondern da drüber hinaus. Also dass es hier auch Silber ist. Das sieht dann so aus. Dass es da dann auch so eine Art Wärmebrücke, Quatsch, Absperrungen, damit da keine Wärme rausgeht oder Kälte rausgeht. Und das brauchen wir halt für unterwegs, wenn wir mit der Kleinen unterwegs sind. Das war doch schon. Mehr habe ich nicht. Jetzt mache ich gleich hierzu noch ein Video. Und ich hoffe, hat euch gefallen. Morgen müsste eigentlich noch was kommen, wenn das kommt. Also ich versuche das jetzt zu bearbeiten, das Video, dass das am Samstag online kommt. Und wenn am Samstag noch das eine Paket kommt, da habe ich auch was für die Kinder bestellt. Also nicht für mich, sondern für die Kinder. Also gar nichts für mich. Da sind vier Sachen drin oder fünf. Vier. Ne, eine Sache ist schon gekommen. Das will ich aber da zusammen zeigen. Sonst ist die Überraschung raus. Ist alles nur für die Kinder, weil die Große hat jetzt nächsten Monat Geburtstag und für die Kleine braucht noch was. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei noch zu gucken, was ich für die Große noch zum Geburtstag bestelle, weil die ist so wandelhaft. Früher konnte ich im Dezember nach Weihnachten schon anfangen, Sachen zu bestellen für April für Geburtstag. Da war klar, was sie will. Und dabei bleibt sie. Heute will sie das. Morgen will sie wieder was ganz anderes. Und übermorgen schon wieder was anderes und dann eine Woche später wieder doch das alte, aber dann danach doch wieder nicht. Also das ist doch scheiße. Das war früher einfacher, wo sie noch kleiner war. So, aber nichtsdestotrotz mache ich hier jetzt einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin haut da rein. Ahoi. Das war euer Odin.